Mein Name ist Philipp Köhl, ich bin 43 Jahre alt und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie Hand, Fuß und Wiederherstellungskirurgie hier am Klinikum Fichtelgebirge in Magdredwitz. Wir versorgen als Schwerpunktkrankenhaus und als lokales Traumazentrum die Verletzten in der Region und haben hier auch den Versorgungsauftrag mit dem Haus Selb zusammen für die Region Fichtelgebirge. Das Klinikum Fichtelgebirge ist ein kommunales Krankenhaus, das heißt der Träger ist der Landkreis und wir sind also weniger wirtschaftlichen Zwängen unterworfen, was das Arbeiten im Klinikum sehr angenehm macht. Für das Klinikum Fichtelgebirge habe ich mich sehr bewusst entschieden. Zum einen bin ich als gebürtiger Oberfranke, hatte ich die Möglichkeit wieder in meine Heimat zurückzukehren. Hier an der Region und an dem Arbeitsplatz ist im Speziellen ganz toll die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Freizeit. Meine Tochter genießt hier im Fichtelgebirge die kostenlosen Freibäder. Meine Frau und ich das kulturelle Angebot auf der Luisenburg, wo wir heuer schon zweimal die Angebote genießen durften. Dann die wunderschönen Wanderwege in der Region. Meine Frau und ich wandern seit Jahren regelmäßig. Dann die Kinderbetreuung, hier gibt es eine 24-stündige Kinderbetreuung, gut für alle, wo beide Elternteile berufstätig sind. Dann die kurze Anbindung. Ich fahre hier mit dem Fahrrad in sieben Minuten über die grüne Wiese in die Klinik. Freunde von mir, die in bayerischen Großstädten arbeiten, haben es da deutlich schwieriger, die einen großen Teil am Tag im Stau stehen oder dazu verwenden müssen, um auf die Arbeit zu kommen. Also für dieses Haus spricht, dass dieses Haus komplett saniert ist. Wir haben nagelneue Operationssäle im neunten Stock mit wunderschöner Aussicht über das Fichtelgebirge. Wir haben ein Stockwerk tiefer, eine neue Intensivstation, einen neuen Zentralsteri. Wir haben moderne technische Ausstattung. All das spricht eigentlich für dieses Klinikum. Ich sehe hier nur die positiven Seiten, in einer etwas kleineren Stadt leben und arbeiten zu können. Also ich bin gern nach Marktredwitz gekommen und ich würde es auch jederzeit wieder machen, weil man hier Freiraum findet, Freiraum für seine persönliche Karriere, Freiraum für sich selber. Freiraum für Macher Freiraum für Macher Vielen Dank.